Die werden hier sein, die Gegner. Hier oder hier. Die werden erst wo oben pingen dann. Ich fände das mit dem Loot Truck auch doof, dass sie den ein bisschen genervt haben. Das war doch schön, das war so ein... Okay, die nächste Gegner sind auf 1. Okay. Oh, eine neue Platte, eine graue. Das war so ein... Vom Spiel gemachter PUI. Ja, das war immer was besonderes, der Loot Truck. Hier ist Blau Box. Ja. Ping hier in der Runde ist aber nicht so gut. Telefon. Oh. Container. Interessant. Telefon ist Militär Base. Okay. Die müssen wir uns zuerst holen. Ja. Ja. Blaue Box Blut. Wenn ich es überlebe, 60 Draht ist Gold wert. Ja, ich sehe ihn. Stört man. Tot. Warum komme ich überhaupt? Ich finge. Hier. Auf 1. Aha. Im Container wahrscheinlich. Nee, nee. Auf 1. Woanders. Aha. Bei diesen hohen Mauern stehen. Da muss ich jetzt ein bisschen bewegen. Hit. 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 Tot einer. Tot. Okay, das war das Duo. Telefon ist immer noch da, wo ich ihn angenagelt habe. Hier ist noch einer, Sascha. Ich höre ihn. Weine, ich hast noch einen Ping, ey, oder? Ja. Ping, glaube ich. Keine Funksignale erkannt. Okay. Sagt er mir. Aber hier ist mein Telefon. Das heißt, der Störer funktioniert so nicht, wie ich das schon immer gesagt habe. Die freuen sich jetzt des Lebens, dass sie nicht angezeigt werden. Boah, hier sind schöne Sachen für dich drinne. Telefon kommt, ist jetzt bei der ersten Batterie. Okay. Dann bleib du mal ein bisschen hinter mir. Ja. Und ich bleib hier. Das Telefon ist jetzt... Äh, hier. Oh, dein Permapping bitte weg. Danke. Da. Da. Gleich mal ein paar Barrikadierten. Er hat mich gepinkt. Das war clever. Ja. Das ist wie ein Festgenagel auf zwei. Stehen. Da ist noch einer hier. Da hast du nämlich nicht mein Telefon gesehen. Ich muss jetzt pushen, geht der dann ab. Ist im Haus. Hier war aber noch einer, Sascha. Mhm. Freigesehen. Warte. Stopp. Stopp. Nichts machen. Nichts machen. Triple Kill. Fast. Ne, Doppelkill. Ne. Einzelner Kill. Schade. Ist er... Ist er tot? Äh... Einer... Zwei von drei. Und jetzt sind sie tot. Sehr gut. Ey. Ja. Warum? Frag ich dich. Warum? Ach du, der hat den ganzen Dude hier. Ach du lieber Gott. Darf ich die... Hier ist ne ADR. Darf ich die haben? Ja. Ne, ne Remi. Darf ich die Remi haben? Ja, ich hab ne ADR. Ja, ich hab ne ADR. Okay, dann nehm ich die ADR und sie Remi, wenn's okay ist. Oder willst du eine von den beiden haben? Ich hab doch schon gesagt, nimm mit. Hä, geiler Typ. Hier ist der Person bei dir teilweise. Hä, wirklich? Hier. Der... Der... Also... Äh... Am Ufer. Ich weiß, wo der Schatz ist. Glaube ich. Das müsste... Hier sein, glaube ich. Boah, der ist schwer zu finden. Aber da ist auch noch ein Film von mir. Da muss ich eh lagen. Die Strahlung kommt von oben. Das heißt, Schatz und dann ins Dorf. Ey, das wär so geil gewesen, wenn die alle von der Granate drauf gegangen wären. Aber nur der, der äh... Kommt genau hier hin. Hast du geguckt, ob da noch irgendwas böses dran war? Der ist, äh, gar nix gewesen. Das war der erste der Commentation Bro. Okay. Aber das wär so schön gewesen, wenn die alle durch die Granate gestorben wären. Oh. Hallo 3. Das war ein anderer Kill. Oh. 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 Der hat schöne Sachen. Zwei Pings. Die Panzerplatte. Adrenalin Puffin. Aua 1. Wenn du möchtest. Ich hab ne Bugle. Ein 11.85. Nein, danke. Wo kommt der Drop auf 1? Direkt mitten drin. Ja. Der Schatz ist hier am Ufer, oder was? Ja, der, das macht so ne Kurve. Der, das, der Ufer, das Ufer macht so ne Kurve. Deswegen geh ich davon aus, dass er auf 2, auf 2 ist. Boah, der Schatz macht uns richtig, richtig ätzend. Ich hab hier eins. Weißt, ich glaub das ist es nicht. Zwischen zwei größeren Bäumen im weißen noch, müsste das sein. Warte mal, sieht man das Boot? Ne. Das sieht man leider nicht. Ich hab mich schon verrecken sehen, weil ich unbedingt den Granatengill machen wollte. Ja, es müsste hier sein. Zwischen zwei größeren Bäumen. In der Kurve. Also. Also. Tatsächlich. Da, wo wir jetzt hingehen. Zwischen zwei größeren Bäumen. Ja. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Hier. Da muss keiner mehr am Leben sein. Ne. Ich lösche auch alles. Ich hab nämlich nur noch 26 Schüsse in der Bugle und die sind schnell weg. Ich hab noch ADR Schüsse. ein Drop. Und das Dorf durchlooten. Ja. Von wo kam die Strahlung von da oben, ne? Ja. Guck mal, schon wieder haben wir uns alles gefallt. Ja. Zwei Hunde hinterlangen wir jetzt. Wir haben auf jeden Fall einen guten Anschluss hingelegt. Ja. Dafür war der Mist. Die Runde, die Runde müsstest du doch auch online stellen oder? Also dass du deine Granate, das war jetzt nochmal zu schön. Ja. Dein Aiming ist aber auch nicht von dieser Welt. Du musst mir gleich nochmal sagen, wie du den Zielkomponent einstellst. Das ist wirklich mal interessierend. Na. Ich glaub eins oder so. Es stört sich in den Tod hier. Bup. Das wärs. Ja. Hier ist keine blaue Küste. Hier nur ne kleine mit Metall. Hier nur ne kleine mit Metall. Schatzfoto nochmal, das kann ich übrigens löschen. Nötig Slot weg. Nötig Slot weg. Nötig Slot weg. Nötig Slot weg. Aber hier sind keine blauen Kisten. Noch ins Hotel. Hier ist noch ein Siegel-Trop. Aber beim Hotel in meinem Eck kannst du auch zu verliefen. Also auch viele Bilder waren. Hotel hat viele Medizindinger. Die waren scheinlich schon jemand. Es sind alle Türen auf. Aber ich muss mal gucken, wie printlich die Kollegen waren. Na die hatten ja schon nicht schlecht Blut, ne? Und natürlich waren mal welche. Mein Telefon hat ja da angenommen. Ah, die waren nicht printlich. Also ich hab jetzt hinten, ne? Langhäuser gemutet. Die langen. Wer sitzt jetzt doch so klein? Ich mach auch noch mal rein. Da war zweimittel. Da war ich schon dran. Der Strahlen kommt auch schon. Guck mal ein Jod. Der hat mich doch, der konnte mich doch sehen. Warum gehen denn alle drei dahin? Versteh ich nicht. Der Dorf ist leider nicht so klar. Ich muss doch zum Schiefsand. So richtig doll gelohnt hat sich das hier auch nicht. Hier ist ein Troll. Wüsst du gar nicht, dass da auch ein Trollgrundwort ist. immer wieder einen Troll, der hat ein Troll. Spricht er, die haben nicht. Nichts sind nicht. Noten sind, dass ich mir vorgelegt haben würde. Ich hab geflogen, wie viele viele Leute tun. Da kannst du nicht tangible haben. Ich hier bin. Der ist ein Troll. Der wird von der Karten aufgerätig sein. Ich habe die Karte geniefert. Ich habe die Karte //ge. sehr schön ich hatte zwei gekriegt Oh.